du erhältst du hast jetzt den satz gelesen du erhältst einfachen Praktur ist los du musst jetzt lachen du erhältst mein name ist irmgard bronder ich bin mentalen bewusstseinstrainerin und lebensfreudecoach du hast mich angesteckt das wird das fünfte video mit den outtakes auf youtube genau du musst echt mal ein video mit outtakes machen ja 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 welche energie ist denn da gerade am werk wo waren wir denn eigentlich jetzt ich bin achso dich vorzustellen ich vorstelle du kannst du kannst du kannst du kannst du kannst